Hallihallo und herzlich Willkommen zu Höök. Hallo Katsu. Hi, grüß euch. Hallo Zaku. Na, alles klar bei euch? Hm, wissen wir noch nicht. Aber wahrscheinlich schon. Wir hoffen es zumindest mal. Wir befinden uns übrigens immer noch auf unserem bisherigen Server. Haben auch ein neues Auto. Juh, ich hab mal ein bisschen gesponsert. Also, ich bin jetzt 800 Meter... Ja, halt an, halt an, halt an. Halt an. Ja, wir haben auf jeden Fall vor, mal eine Mission zu machen. Hier ist eine Mission, wo eine MV22 rumsteht. Das ist so ein Flieger mit großen Propeller. Einmal links, einmal rechts. Da hinten sieht man auch schon. Oh, stationäres MG. Und ich schätze mal, das werden so 20 Soldaten sein. Okay. Na gut, hast du einen Schlüssel ins Auto gelegt? Jo, Schlüssel liegt im Auto. Okay, du weißt, wo das Auto steht? Ähm, noch nicht genau. Mal gucken, wo das Auto... Du, du mal scouten. Ich such grad auch mit nach Auto. Ah, okay. Auto hab ich. Hast du? Ja. Ja, ich glaub. So ungefähr. Das Auto steht theoretisch... ...hier. Ne? Dann steht's da. Ja. Okay, ich hab's Auto. Das ist bei, äh... Horizontal 0,84 und, äh... Vertikal 0,55. So. Mhm. Jetzt muss ich auch noch Audio ein bisschen hochdrehen wieder. Ich muss jetzt auch gleich hochdrehen. Okay. Ja, wir haben uns auf jeden Fall mal gedacht, wir ziehen mal eine kleine Mission durch. Bewaffnetzimmer mit einer M24. Die hab ich hier in der Hand. Und der Katsu hat, äh... Ich glaub eine Masada oder sowas. Mhm. Sound beim jetzt auch mal hochgedreht. Okay, ich glaub 20 ist untertrieben. Naja, gut. Müssen wir halt. Na, Coleas. Hast du... Du hast genug Muni dabei, ja? Ich hab vier Magazine. Hm, ich will vielleicht noch ein paar mitnehmen. Wieso? Und du hast, äh, so'n, so'n A-Cock drauf, ne? Ja. Okay, dann... Ich hab ne SD, nur zur Info. Ja, es ist okay. Es sind mehr als, als 20. Mhm. Du sag' ich ja, 20 ist, äh, gut gesagt gewesen. Wo bist... Ah, du bist da. Okay. Ich bin weitergelaufen. Ich werd' jetzt gucken, dass sich irgendwie da oben... Oder wir... Hm. Das ist die Frage. Ich würd' sagen... Auf dem Hügel... Auf dem Hügel... Auf dem Hügel ist es zu hoch. Äh, ich würd' sagen, wir gehen Richtung Westen runter. So, ich... Ja. Ne, 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 von... Ne, ne, das ist... Das ist zu nah dran, glaub' ich. Glaub' ich. Deswegen, ähm... Ich würd' sagen, wir satteln hier mal auf. Deploy Bike. Ich hoffe nicht, dass er uns jemals hervorkommt. Ja. Ich hoffe auch nicht. Aber... Theoretisch... Der Server ist momentan ziemlich leer. Also da dürfte... Niemand groß... Sein. Hoffe ich zumindest. Ich radel dir einfach hinterher. Ja. Genau. Und geb' ihn. Jetzt ist halt die Sache, ich hoffe halt wirklich, dass, äh... Es sind immer noch wenig Leute auf dem Server. Obwohl heute Sonntag ist, das wundert mich ein bisschen. Ja, mich auch. Fangen wir um die Uhrzeit. Ja, was haben wir mit der Kammer? Ja. Ja gut, man muss dazu sagen, äh, wir haben heute besonders schönes Wetter. Es ist plügelwarm draußen. Ja klar, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Ja, es kann sein, dass natürlich ein paar Leute... Das ist mal wieder... Realife. Ja, das ist mal wieder der erste... Der erste Wochenende seit, äh... Monaten. Seit dem Winters. Da seid ihr mal wieder... Hübsches Wetter habt draußen. Mhm. Aber wir haben auch gutes Wetter hier drin. Ein paar Wolken am Himmel. Wie fühlt ihr 30 Grad? Ja. So, jetzt sind wir schon relativ nah... Oh Mann, hey, hier ist ne Stadt. Das ist gerade echt ein bisschen... Machen wir uns abbiken. Ich hab leider... Warte mal ganz kurz, ich muss mir da nochmal schnell einen... Punkt setzen. 100 Meter sind hier. Äh... Ja, wir sind... Ich weiß wie weit. Ich weiß wie weit. Ich hab den Punkt schon gesetzt. Na okay. Ich fahr gleich wieder gegen den Baum. Ne. So. Dann schauen wir doch mal. Hast du deine SD-Waffe dabei? Also Pistol? Ja. Ich hab zwei SD-Waffen. Sehr gut, weil ich hab nen Zombie gehört. Kann sein, dass hier vielleicht Zombies kommen. Hast du keine SD-Waffe dabei? Doch, 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 doch. Aber... Ich weiß ja nicht, ob die Zombies jetzt wirklich kommen. Wir fahren ein bisschen außen rum. Dass wir weiter wechseln. Schön brav hinterher. Dass wir weiter wechseln von der Stadt. Jetzt sind wir ziemlich genau auf 400 Meter und probieren es dann von der Seite aus, hätte ich gesagt. Mhm. Und da unten steht irgendwas gelbes, äh grünes. Siehst du das? Ja, das ist so ein Container. Was? Das ist irgend so ein Container, glaub ich. Hä? Was ist das denn? Ich glaub das ist... Das ist ein Auto. Das ist ein SUV, ne? Der hat aber irgendwie nicht geladen. Nicht richtig. Ne, Quatsch. Der ist angemalt, glaub ich. Mal strecken. Ach, das ist... Verschlossen. Ja, der ist angemalt, nehm ich mal an. Hat ein bisschen komisch ausgesehen. Ja, schaut sehr böse aus. So. Also vor allem die... Vor allem der hat sogar die Reifen, die Felgen angemalt. Ach, sorry, ich muss mal ganz kurz, äh, Husterei. Ja, dazu muss man sagen, äh, unser Zaku ist nicht ganz auf der Höhe. Der ist immer noch ein bisschen krank. Ja. Ich hab's ja jetzt, glaub ich, schon in jeder, in jeder Folge, in jedem LP, in allem, was grad auf dem Channel ist. gesagt, äh... Ich sehe den Heli. Aber von hier aus wär's doch gar nicht so schlecht, glaub ich. Du hast ein Heli? Ne, ich seh ein Heli. Äh, wo? Äh, äh, geradeaus vor uns. Oh Scheiße. Geradeaus vor uns. Ich blute? Äh, ich glaub, wir sind dummerweise in die andere Mission reingefahren. Du siehst ein Heli geradeaus vor uns. Das ist, äh, eine schwierige Angabe. Ich muss jetzt mal kurz, äh, zurück und dann... Werd ich mal schauen. Ich muss mich mal hinterm, hinterm... ...baum verstecken. Ich krieg da mal hinterher. Ich blute nämlich und hab gebrochene Beine. Ja, ich hoffe... ...das war's jetzt nicht. Soll ich mal kurz gucken, wie wir sind. Naja, wir werden wahrscheinlich... ...ich denk mal, wir werden in die andere Mission reingefahren sein. Na gut, dass ich zweimal hier noch ein Buch Heilungsgedöns eingepackt hab. Okay, in dem Fall, bleib mal hier. Äh, was war das für ein Heli? Waren da mehrere Soldaten? Hm, ich hab's nicht direkt gesehen. Ich hab den Heli überhaupt nicht gesehen. So, ich lauf jetzt auch mal Richtung Wald. Ich bin in dem Wald drin, wo die... ...wo das Auto eben stand. Ah, okay. Ja, ich hab... ...das Problem ist, bei mir mein Fahrrad steht da und... ...ich weiß natürlich, wo ich bin und ich hab' nicht gesehen. Ah, ich seh' sie laufen. Sind das Soldaten? Also, äh, AIs? Ja, schaut danach aus. Ich seh' den Heli jetzt halt absolut nicht, ne? Ähm... Der ist von mir aus gesehen... Ich weiß nicht, wo du bist. Ah, doch, ich seh' dich. Ich seh' die. Mehr, mehr, mehr Ost... ...nach statt Nord. Also, da, wo ich hinschaue. Ach so, dann ist der bei unserer Mission. Ja. Ja, gut, dann. Ähm... Ich seh' links... Ja, nach den, nach den... Äh, Bäume... Du siehst den Heli? Das ist, das ist die MV22. Ah, Entschuldigung. Ich wollt grad' sagen, Heli, hä? Wo bist denn du jetzt? Ich bin rechts von dir. Direkt neben dir. Naja, passt. Ja, dann wollen wir mal starten, oder? In dem Fall könnten wir eigentlich noch weiter außenrum, weil die Position... Also, hier haben wir ein Sichtfeld auf zwei... Also, hier, wo ich liege, kannst du auf jeden Fall drei oder vier wegsnacken. Ja, das ist zu wenig. Der bleibt nur einfach da liegen, ich lauf hier rum auf den, auf den anderen Hügel. Okay. Die Entfernung treff' ich aber sicher nicht. Ähm, nicht? Hast du noch nicht so'n, äh... So'ne Angabe an dein Ding? Nein. Hm, okay. Ich hab' ne... Wie gesagt, dieser, dieser Bot, das ist... Also, dieses Fernrohr, das ist für kurze bis mittlere Distanz. Naja, wir haben 400 Meter, das müsste eigentlich gehen. Schau'n wir mal. Das ist eigentlich ne Kacke hier. 1, 2, 3... Oh, hier ist, hier ist glaub' ich gut. Ich hatte sie doch eben gesehen. Da hinten seh' ich's... Ich glaub' da, wo unser Auto steht, da wär's optimal gewesen. Wenn wir da runtergelaufen werden, ja. Das war ja das eigentlich, was ich gemeint hab', dass wir da auch von dem Hügel aus runterschießen. Ja, aber ich will nicht auf den Hügel, ich dachte, du meinst den Hügel da oben, wo... Nee, 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 nee. Weiter hinten. So. Also, vom Auto aus, wenn man drauf guckt, rechts den Hügel, hab' ich gedacht. So, wo ist mein Fahrrad jetzt? Ich radel jetzt mal außen rum. In der Hoffnung, ich überlebt das. Ja, mein Problem ist, äh... Wir wissen natürlich jetzt, wo mein Fahrrad steht. Und wenn ich jetzt da aufsattel, dann... Ja, bleib' du einfach da. Ich geh' auf die andere Seite. Bleib' du einfach da. Ich radel jetzt auf die andere Seite rüber. Dann mal die Binockels auspacken. Die Binockel. Hm, vielleicht erst auch von dem Hügel aus Bombe. Ich hab' grad' was entdeckt. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Also, von meiner Position aus könntest du jetzt sechs erledigen. Kriegst du das hin? Acht. Acht. Okay. Acht Leute seh' ich jetzt grad. Zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Elf. Jetzt laufen sie alle wieder raus im Bildschirm. Also, aus der Sicht raus. Ja, es sind schon einige. Hm? Es sind schon einige. Ja. Okay, das ist... Mal, ich könnte es versuchen. Ich habe eine SD-Waffe. Vielleicht... Vielleicht kann ich einen wegsnacken. Jetzt wartest du erst noch mal ganz kurz. Ja. Ich guck' jetzt mal kurz, ob ich da oben... Das ist... Das ist eine scheiß Posi. Am Ende radel ich dann doch wieder zurück zum Auto. Ich bin schon wieder so nah dran. Da rechts ist einer. Sehr... Spannend. Der hat einen Sniper. Scheiße. Die haben meistens schwere Maschinengewebe und Sniper. Aber... Naja. Aber normalerweise... Das darf man nicht vergessen. Normalerweise geht das eigentlich relativ easy. Okay, ich bin auf jeden Fall zu nah dran. 260 Meter ist zu nah. Ja. Andererseits wäre es halt echt... Genial, aber du kannst mich nicht einsehen da oben. Ähm... Wo bist denn du aktuell? Ich bin direkt auf dem Hügel. Ich seh' den Hügel. Aber ich seh' dich nicht. Also ich seh' dann diesen Stein, den großen. Dann seh' ich die... Ne, das ist... Das ist zu nah dran. Ich geh' Richtung... Richtung Auto zurück und schieß' von da aus. Okay. Jetzt bin ich zwar einmal außen rumgefahren, aber ist ja egal. Das ist ja sowas von Pille. Die... Die Position von mir ist ganz nett. Die laufen da immer ihre... Ihre Runde. Sobald die ihre Runde da herlaufen, kann ich welche absnacken. Ja, bleib du einfach mal da. Ich könnte natürlich... Beendet it not secure to crash Blackhawk. Okay. Die andere Mission wird jetzt auch bald mal... Die Mission wird jetzt auch bald beendet sein, oder? Das kann sein. Aber ich bin jetzt... Also ziemlich... Ich hab' glaube ich einen perfekten Spot gefunden. Du sagst, wenn du los schießt. Ja. Moment. Das ist doch so gemein, hey. Das ist doch so gemein. Überall ist so'n scheiß Ding. Überall ist so'n scheiß Hügel im Weg. 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 Okay. Sie laufen jetzt wieder die Runde? Ja. Ich werd' mal versuchen, den am Mg-Geschütz-Ding wegzumachen. Mhm. Alle 50 Meter. Leider ist da keinem Visier. Was? So. So. Naja, sie haben mich auf jeden Fall gespottet. Du kannst jetzt auch mal das Feuer eröffnen, wenn's geht. Hab' ich schon. Ich hab' einen getroffen. Aber... Oh, jetzt steht er auf. Verdammt. Es ist übrigens auch sehr laut. Was meine? Nein, ich mein' hier das. Geballer. Ich seh' grad aktuell keinen. Die Arschi sind jetzt alle in Deckung gegangen. Binockels. Hier oben war's. Fack. Hm. Das ist kacke. Ich geh mal in eine Andere. Ich wechsel mal die Position. was ich treffe den nicht geht das ist doch ok da vorne sind sie auch schon wo? die sind ziemlich nah bei mir schon zieh dich ein bisschen zurück wir sind ein bisschen vorgegangen das problem ist ich habe eigentlich eine position wo das ziemlich kacke ist na der muss doch umfallen der fällt nicht um jetzt aber schießen die auf dich? ne oh fuck ich wurde getroffen das ist das problem an der sache die waffe ist halt scheiße position mag ich nicht das ist mein problem hier so bandagieren pain killer reindrücken monitechnisch sitzt auch ein bisschen knapp bei mir ok ok das ist natürlich nicht so prickelnd ich habe noch zwei magazine aber wie gesagt ich treffe da so gut wie nichts ich sehe jetzt auch keine mehr ich habe auf jeden fall mal die position wow fuck wo ist denn der? hier ist irgendwo einer ich weiß nicht wo ok hm shit hm shit ja ich bin tot ich weiß nicht wo der war aber der ist glaube ich direkt neben mir gestanden irgendwie hm fuck ok in dem fall gibt es jetzt einen kleinen cut aber wir sind gleich wieder da hm so wir sind wieder da das lief ja jetzt gar nicht mal so gut hm den Katsu hat es ja in der Zwischenzeit auch erwischt ja dich hat es sauber dahin gerafft hm hm ja aber ähm ich bin schon wieder da der Katsu braucht noch ein Weilchen und ähm ja schon ich bin jetzt wenn ich so guck ich bin jetzt am versuchen am versuchen da zu meiner Leiche zu kommen hm muss ich aber ganz leise sein weil die Hansel die rennen immer noch alle schön da oben rum besser wäre es gewesen wenn ich auch eine M24 gehabt hätte ja eindeutig dann hätten sie sich auf zwei Sachen konzentrieren müssen ja na ich war ja noch im überlegen aber ich mir nicht eine besorge hättest du es mal gemacht Mensch ja ja da ist halt wieder die Frage wegen der Muni ne aber da wäre es besser gewesen wenn du dir da wäre es besser gewesen wenn du dir ne Dings geholt hättest ne was denn für eine ne RAS oder SR25 ja weiß nicht mehr ob es SR oder RS hieß die braucht auch DMR Muni so jetzt kann es sein dass ich natürlich gleich wieder drauf gehe wenn ich mich so geschickt wie eben anstelle wow ich hab den Typ echt nicht gesehen ich glaub da war wirklich einer direkt neben mir so hat es sich zumindest mal angefühlt also bei mir sind sie grad vorhin um mich rum gelaufen ich habe einen gekillt dann haben sie mich gespottet dann haben sie mich getroffen dann habe ich mich verbunden und habe mir ein Bloodback gegeben und dadurch natürlich dass mein Knochen oder mein Fuß auch gebrochen war habe ich mir noch Morphin reingepackt und in der Zeit haben sie mich umlaufen und haben mich dann weggesnackt von hinten ich habe ihn noch gesehen konnte aber nicht schießen weil ich beim Morphin tüddly tü 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 war na so und ich bin schon wieder zu weit glaube ich war das da hinten nicht der Baum wo ich war? äh aber wie findest du deine Leiche überhaupt noch? das ist hier grad die Frage ja das ist doch der Hügel ja das ist der Hügel wo ich gelegen bin genau das müsste der Hügel sein dann bin ich doch hier runter dann bin ich doch hier runter oder? ja das ist der Hügel dahin ist der Baum nee da ist der Baum so rum genau hier ist der Hügel ja ja naja jetzt kommen wir langsam näher da liegt mein Fahrrad ok da liegt meine Leiche wuhu ich hab sie Gott sei dank Gott sei dank aber wo ist der? boah fliege diese Mistviecher ey es ist so schön und auf einmal jetzt erschrecke ich gleich wieder weil wahrscheinlich der Typ noch da ist an der Straße liegt die Leiche an der Straße liegt die Leiche oh ich bin aber echt schon nah dran gewesen 350 Meter ungefähr ja naja ich war drei ich war 300 Meter am Schluss also ich bin ja ein bisschen vorgekrabbelt und hatte eine gute Pose habe ja einen weggesnackt und dann haben sie mich ja gespottet mhm so jetzt nehmen wir mal den Alice Pack habe ich da eigentlich? ne habe ich nicht okay immer die M24 Bandagen ganz wichtig essen, trinken, M9 SD Magazine Morphine noch mehr essen, noch mehr trinken Binökel binökel ganz wichtig ganz wichtig so die M9 SD natürlich ok dann passt eigentlich soweit alles wieder jetzt habe ich mein Gear wieder dann ähm muss ich mal kurz schauen wenn hm so die Wache mal kurz nachladen wie weit hast du es noch? eh zu weit zu weit ich werde es gleich laufen müssen was heißt zu weit? nein ich muss gleich laufen ich werde gleich laufen müssen oh das ist das ist schlecht weil ich mich grad einen Berg runterkaut hat mehr oder weniger oh scheiße Bike ist rot kannst du nicht mehr einpacken? ja mache ich jetzt grad so das ist jetzt also ich habe es noch viereinhalb habe ich noch ok das ist ziemlich weit in dem Fall probiere ich mein Glück mal alleine ich habe vorhin ja noch wo ich gespawnt bin noch schnell ins Krankenhaus geguckt ob ich da irgendwas finde aber da war wahrscheinlich nix na doch wir haben ein Bloodbag und Brennkeller und bisschen was vielleicht hatte ich auch keine Painkillers mehr das war jetzt vorhin ein bisschen doof ah man da unten ran schon wieder ein Zombie der macht mir noch das Leben schwer zwei Zombies zwei Zombies wieso sollte ich die auch treffen ne? das wäre ja langweilig wenn ich die einfach zu treffen könnte Wünscht mir Glück jetzt gehts bergab good luck oh mein Gott 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 oh scheiße oh scheiße immer diese Drecksbüsche immer diese Dreckszombies so jetzt muss ich noch ganz kurz da hin in die Halle rein so jetzt muss ich noch ganz kurz da hin das hat weh oh Bike wieder rot diese ist not good hm ob ich aus dem Haus rausschießen könnte so jetzt muss ich erstmal Zombies killen ich hab hier vier Zombies oder sowas ich glaub jetzt dann mal den Berg runter ist ich komm grad aktuell nicht vorwärts in dem scheiß Berg da this is bad so wär jetzt natürlich cool wenn einer von den Zombies noch am M24 mit dabei hätte das wär jetzt echt geil das wär jetzt echt geil oh aber in einem neuen SD Magazin das ist nämlich ah ne das ist kein SD cool wenn ich nicht mein Fahrrad einsteigen auch nicht schlecht der Katze muss mit Bugs kämpfen ich muss mit Zombies kämpfen ne verdammt ah jetzt er und ab dafür also das würde ich auch ganz gerne haben wollen so weißt du bist mit dem Bike unterwegs fährst gegen einen Baum dir passiert nichts Fahrrad ist kaputt tust du es als Toolbox einpacken tust du es wieder auspacken und hast wieder ein ganzes Fahrrad aber du musst auch bedenken ne du hast da immer eine Werkzeugkiste dabei musst du immer dabei haben ja das ist ja kein Problem packe ich in die Hosentasche hä? hm? was ist passiert? ach der Zombie hat mich grad verarscht M24 M24 nein M24 nein wieso denn auch ne hm? so ich hab noch äh zwölf Schuss die müssen alle sitzen ja ich glaube auch gut wenn jetzt dann einer oder so übrig bleibt dann ist auch nicht so schlimm denn den kann man dann so noch weg wegnehmen also ich habe jetzt noch dreieinhalb Kilometer ok ich bin jetzt da in der Nähe wo dieses Auto war ach das ist pinke? pink äh das türkise pink komm ich jetzt auf pink grelle Farbe halt ne? naja komische Farbe komische grelle Farbe ok so ich würde sagen wir machen jetzt aber hier erstmal Schluss weiter geht's in der nächsten Folge und äh ja genau ob wir das dann hinkriegen das sehen wir dann in der nächsten Folge und bis dahin haut rein viel Spaß bei der nächsten Folge ciao und bis zum nächsten Mal